Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zu einer neuen Sendung. Heute ein heißes Thema. Es geht um ein Phänomen, was in den 80ern in den USA, vor allem, aber überhaupt in Nordamerika, also auch ein bisschen Kanada, ein Phänomen, was sich dort breitgemacht hat, nämlich die Satanic Panic, so nennt man das. Und in den 80er Jahren gab es dort eine große Bewegung, könnte man sagen, in Amerika, wo ganz viele Leute geglaubt haben, dass es eine große satanische Schwörung gibt, die sich überall breitmacht. Und wenn man es heute aus dem Nachhinein anschaut, dann entdeckt man da ganz viele Muster. Wenn das eben historisch ist, kann man das schön anschauen und entdeckt dann auch vieles, was vielleicht wieder unsere heutige Zeit spiegelt. Und das ist ja immer der Ansatz, den wir bei Geschichte haben. Wir schauen auf die Geschichte nicht, weil wir irgendwie Nerds sind und uns da in dem Geschichtswissen verlieren, sondern weil es immer auch uns hilft, die heutige Zeit zu verstehen. Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Satanic Panic ist heute also das Thema. Und los ging das Ganze im Grunde genommen 1980. 1980, da wurde ein Buch veröffentlicht. Oh, jetzt fehlt mein Drücker. Nee, hier. Entschuldigung. Da wurde ein Buch veröffentlicht 1980 und das heißt Michelle Remembers. Und das ist geschrieben von vor allem diesem Lawrence Paster und einer Frau, Michelle. Und vielleicht mal zu Lawrence Paster. Das ist ein Psychologe gewesen oder auch ein Psychiater, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es gibt eine Unterscheidung. Aber auf jeden Fall ein renommierter Wissenschaftler, ein renommierter Therapeut auch, der Mitglied war in zahlreichen Berufsverbänden. Also jetzt nicht irgendwo so jemand, der so aus der Obskurität irgendwie kam, sondern es war ein anerkannter Fachmann, Psychologe, Therapeute. Und der hat eine Patientin gehabt, nämlich diese Michelle. Und ich glaube, die Therapie von den beiden, die fing an Mitte der 70er oder schon in den frühen 70ern, so 74 oder sowas. Und diese Michelle, die hat im Grunde genommen erst mal unter Depressionen gelitten, eine ganz normale Geschichte, möchte man sagen. Aber im Laufe von dieser Therapie, es kam dann wohl sehr schnell schon am Anfang so, dass sie gesagt hat, ey, da ist irgendwas in mir drin, was irgendwie raus will. Und ein tieferes Wissen, was irgendwo im Unterbewusstsein verborgen ist. Es geht also auch viel um so psychologische Geschichten. Und der Dr. Pastor, der hat halt dann eine Methode entwickelt. Wie genau, das weiß ich gar nicht. Aber es ist so eine Mischung aus Hypnose oder verschiedener Techniken, um sozusagen in das tiefere Bewusstsein von dieser Michelle zu kommen. Um von dort dann sozusagen im therapeutischen Sinne halt all das, was da möglicherweise sie belastet, um das halt hervorzuholen. Eigentlich in der Psychologie ein durchaus verständlicher Ansatz, also in diese Tiefe zu gehen und zu gucken, was dort ist. Und im Zuge von dieser Therapie kam sozusagen diese Michelle, hat die Persona ihres eigenen, also als sie selber noch Kind war, angenommen, als sie ein fünfjähriges Kind war. Und die hat halt dann erzählt, also aus dieser Perspektive des fünfjährigen Mädchens, hat sie erzählt, und es ging da über tausende Therapiestunden, also es ging über Jahre, diese Therapie zwischen dem Pastor und der Michelle. Und herausgekommen sind halt wirklich unglaublich düstere Erinnerungen, die diese Frau hat, an satanische Rituale, an Missbrauch in einem unglaublich großen Ausmaß. Und es wurde halt immer mehr. So mit Therapie-Session zu Therapie-Session kam da mehr raus. Und die Geschichten, die sie erzählt hat, die sind so krass, dass man es kaum glauben kann. Oder es geht wirklich in den Bereich so der Frage, was ist dort überhaupt noch glaubwürdig. Und genau das ist tatsächlich das Thema heute. Und nachdem diese Therapie-Sessions seit ein paar Jahren liefen, haben die dann ihre Ergebnisse, also das, was in diesen Sessions zutage gefördert wurde, aus dem tiefen Bewusstsein von dieser Michelle, das ist hier in diesem Buch zusammengefasst. Michelle remembers, Michelle erinnert sich. Und dieses Buch hatte dann einen riesen Impact. Das ist 1980, das ist ein Bestseller geworden. Und es hatte einen riesen Impact. Und letzten Endes, viele Beobachter sagen, dass mit diesem Buch dieses Satanic Panic eigentlich erst angefangen hat. Deswegen kommt das hier gleich ganz am Anfang. Ja, ich habe das Buch selber nicht gelesen. Das ist auch, du kannst es immer noch bekommen. Es wird nicht mehr aufgelegt, aber man kann es immer noch erwerben, irgendwie gebraucht. Aber was wohl in diesem Buch drinsteht, obwohl ich es selber nicht gelesen habe, die Erinnerungen, die Michelle dort präsentiert, die sind zum Teil dermaßen übersteigert und gehen so ins Groteske rein, dass man eigentlich nicht sagen kann oder kaum glauben kann, dass das eins zu eins so passiert ist. Sie hat zum Beispiel erzählt, das Ganze spielt in einer Stadt in Victoria. Das ist Kanada übrigens. Also der Pastor ist auch Kanadier. Und Victoria ist eine Kleinstadt in Kanada. Und ihre Erinnerungen von Michelle, die gehen in die 50er Jahre. Und alles, was sie sozusagen in diesem Buch sich erinnert und erzählt, soll eben real stattgefunden haben in den 50ern. Aber die Frage ist, ist es wirklich real stattgefunden? Oder ist es nur letztens ein Ausdruck von ihren Ängsten, von ihrer Psyche? Wie auch immer man das genau deuten will. Ich bin jetzt auch kein Psychologe oder so. Aber kommen wir mal zu dem Inhalt, was sie sich da alles erinnert hat. Sie hat ihm erzählt, dass es dort in dieser Stadt in Victoria ein Zentrum gab von einem satanischen Netzwerk, was sich über ganz Amerika oder über die ganze Welt ausbreitet, was älter sein soll als die christliche Kirche, also eine satanische Religionsgruppe. Und sie hat dort beschrieben, dass sie eben via ihrer Mutter in diese Kreise als Kind eben eingeführt wurde. Und als Kind dann Zeuge wurde von wirklich unfassbaren Geschichten, also unfassbaren Verbrechen. Und ich will die gar nicht ins Detail gehen, weil das wirklich so schockierende Dinge sind. Aber da geht es hin zu Tieropfern, Menschenopfern, bis hin zu Kannibalismus. Geschichten, die wirklich unfassbar krasse Verbrechen eigentlich bedeuten. Dass sie Zeuge wurde, wie andere Kinder getötet werden. Zeuge von Missbrauch. Ihr kennt wahrscheinlich so diese Geschichten. Und das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass es so in einer Öffentlichkeit irgendwie, zumindest in unserer modernen Zeit, breiter gemacht wurde. Das war mit diesem Buch. Und die Dinge, also am Anfang, weißt du, dann denkst du, okay, ja, das sind Sachen, die noch irgendwie denkbar sind, wenn auch wirklich furchtbar und weit weg von einem normalen Menschen, von der Lebensrealität eines normalen Menschen. Aber hey, es passieren schlimme Dinge auf der Welt da. Aber bei ihr gingen dann diese Berichte, die werden dermaßen übersteigert, dass du dann ab einem gewissen Punkt als vernünftiger Mensch einfach da nicht mehr so ohne weiteres mitgehen kannst. Und tatsächlich ganz viele von diesen Erinnerungen, die wurden danach dann auch, es gab dann auch direkt in der Zeit dann schon Kritiker von dem Buch. Insbesondere natürlich Leute aus dieser Stadt, Viktoria, die gesagt haben, also was sie da erzählt, das kann so nicht hinhauen. Beispiele. Sie hat erzählt, dass ganz viele von diesen Ritualen stattgefunden haben, und sie benennte Orte und Leute auf dem örtlichen Friedhof dort in Viktoria. Und da geht es um Rituale, die zum Teil wochenlang gehen. Und die Leute aber in Viktoria sagen, der Friedhof, der ist mitten in einem Wohngebiet und nie hat von denen irgendjemand was mitbekommen, dass da auf dem Friedhof irgendwas wäre. Obwohl sie das beschreibt, dass natürlich da Schreie sind und Folter und übelste Quälereien. Aber die Leute vor Ort können sich da nicht dran erinnern. Und es ging bei Michelle dann irgendwann so weit, im Laufe des Buches, da beschreibt sie dann ein, ich glaube es waren 81 Tage, ich weiß nicht, ob die Zahl da irgendeine Bedeutung hat, ein 81-tägiges Ritual, in dem sie nichts zu essen bekommen hat als kannibalistische Nahrung und so weiter. Und gleichzeitig hat man aber dann später in den Schulaufzeichnungen geschaut, ob diese Michelle, ob die da mal irgendwann in der Zeit, in diesem Alter, ob die da 80 Tage lang mal nicht da war und nichts von diesen Dingen ist zu finden. Aber sie hat gesagt, sie war da eben in diesem Ritual drin, eingesperrt in Käfigen. Und da ging es darum, dann den Teufel persönlich sogar zu beschwören in diesem Ritual. Und sie beschreibt es dann, dass dann tatsächlich irgendwann Satan erschienen ist in Realiter, in Fleisch und Blut. Und sie beschreibt sogar, dass dann Satan mit seinem Schwanz sie gewirkt hat. Und unglaubliche Geschichten, wo man sich dann doch denkt, okay, also jetzt bei allem Respekt eben vor dem, was sie sagt, weil offensichtlich ist es eine traumatisierte Seele, ein Mensch, der viel gelitten hat. Aber bei diesen Geschichten, dass dann Satan in Fleisch und Blut vorher steht, ganz ehrlich, als jemand, der diese Religion doch sehr kritisch sieht, ist es dann für mich schwer, da mitzugehen, ob das jetzt eine objektive Wahrheit ist. Es ging dann sogar noch weiter. Irgendwann kamen dann sogar hier Jesus und Maria und selbst der Erzengel Gabriel kam oder Michael kam da ins Spiel. Irgendeiner von den Erzengeln ist dann auch aufgetaucht. Und hat dann letzten Endes diese Michelle dann auch geheilt von den physischen Wunden, sodass ihr Körper keinerlei Narben hat, die übrig bleiben, die darauf hinweisen, auf diese unglaublichen Folterreien und Quälereien, die dieses Kind ausgesetzt war. Sie hat also keine Narben. Diese Frau, die ja wirklich existiert, sie hat diese Narben nicht. Aber sie erzählt eben, ja, die hat der Erzengel Michael oder Gabriel ihr geheilt. Naja, da wird es dann schon schwierig, das irgendwie so als vernünftig, als wirklich in Wirklichkeit passiert, das Ereignis so anzunehmen. Aber Menschen damals, es gab ganz, ganz viele Leute, die haben das eins zu eins geglaubt, was da passiert ist und was, was da in dem Buch steht. Und es hat nicht nur in dieser Stadt Viktoria natürlich viel böses Blut gegeben, Anschuldigungen, Verdächtigungen, wer könnte dort beteiligt sein, Leute, die dort schon immer leben, ältere Familien und so weiter. Und noch krass ist aber, was das alles ausgelöst hat. Dieses Buch war so erfolgreich, dass es danach gar nicht eine ganze Reihe von Büchern gab, die ähnlich gestrickt sind. Also auch da hat wieder irgendein Therapeut dann irgendeine Art von Therapie, die versucht irgendwie in das Unterbewusstsein vorzudringen und das ist, was dann rauskommt, Satanismus und übelste Geschichten. Und das Ganze, wenn man das heute anschaut, dann ist es auch so sehr eingebettet in diesen Zeithorizont, in diese Kultur von 1980. Also 1980 ist das Buch erschienen, aber diese ganze Therapie und der Inhalt des Buches sind eben die 70er Jahre. Und da stehen zum Teil dann, werden dort Dinge beschrieben, die du eins zu eins wiederum entdecken kannst in gewissen Filmen, die sozusagen der Vorläufer waren oder vielleicht ein vorläufiger Auslöser auch von dieser Satanic Panic. Ich rede von Filmen wie dem Exorzist beispielsweise. Ein ganz bekannter Film, der einen super Impact hatte oder einen großen Impact hatte auf die Menschen. Und in diesem Buch beschreibt sie Szenen wie beim Exorzisten. Das ist zum Beispiel seine Szene, wo sich beim Exorzisten, bei diesem besessenen Mädchen, wo sich der Kopf so komplett rumdreht, so um die eigene Achse und solche Dinge. Direkt solche Sachen beschreibt die. Also du kannst sogar sehen, wie sehr das so eingebettet ist in ihre Kultur, also in ihre Zeit. Ja, und die Folgen, die waren dann riesig. Das Buch ist ein Bestseller geworden. Dieser Dr. Pastor, ich weiß gar nicht, ist ein Dr. wahrscheinlich nicht, weil hier steht auch nur ein MD, aber dieser Pastor, der galt auf einmal als führender Experte in diesem ganzen Feld Satanismus, ritueller Kindesmissbrauch, Ritual Abuse. Tatsächlich ist es sogar so, der Begriff Ritual Abuse, der wurde von ihm erstmals gebracht. Also er hat den Begriff erfunden, Ritual Abuse. Heute ist das völlig gängig, aber es kommt erstmals von dort. Und der Mann ist sozusagen selbst in dieser Bewegung sehr erfolgreich gewesen. Der war dann in ganz, ganz vielen Fernsehsendungen am Start. Der galt als eben führender Experte. Der hat Gutachten erstellt bei Gerichtsverfahren. Es gab dann in den 80ern, und wir gehen da noch detaillierter drauf ein. Es gab dann jede Menge Anklagen, wo Leute wirklich angeklagt wurden wegen satanischer Verbrechen, wegen satanischem Missbrauch. Und er war halt einer der Experten, dem man gesagt hat, der kennt sich damit aus. Der hat dann irgendwann, hat der Personal geschult, Satanismus zu erkennen, Polizei, Sozialarbeiter, Psychologen. Da hat sich unglaublich viel entwickelt. Und er und diese Michelle sind dann in den 80ern eben ständig auch im TV präsent gewesen, in den Medien präsent gewesen. Tatsächlich ist es sogar so, dass Michelle und er irgendwann dann auch mal ein Paar wurden. Ich glaube, die haben dann sogar geheiratet irgendwann. Also es gab eben so eine ganz feste Beziehung zwischen dem Therapeuten und der Patientin. Und bei dieser ganzen Geschichte, ich will überhaupt nicht sagen, und da bin ich auch überzeugt davon, es geht nicht darum, dass der Pastor und die Michelle die Leute bewusst angelogen haben, um, was weiß ich, Geld zu machen oder um sich wichtig zu machen oder um Zwietracht zu sehen. Überhaupt nicht. Sonst scheint mir vielmehr so, dass die in ein so enges Verhältnis gekommen sind. Ich möchte sagen, in ein intimes psychisches Verhältnis in dieser Therapeuten-Patienten-Geschichte, die über Jahre ging, über Monate, tausend von Stunden, dass die dann irgendwo sich synchronisiert haben. Das ist vielleicht so ähnlich wie, hatte ich an anderer Stelle euch mal erzählt, dieses Phänomen von Folie adieu, wo das bei den Zwillingen, in der Zwillingsforschung gibt es da ein paar Beispiele dafür, wie sich Menschen synchronisieren können in ihrer geistigen Wahrnehmung und wie auch tatsächlich etwas, wenn die Psyche aus dem Gleichgewicht geht, wenn es in Psychosen geht, wie die beide gemeinsam dann in diese Psychose rutschen und die auch noch verstärken. Und genau den Eindruck habe ich hier. Dazu kommt nämlich auch noch, dass dieser Pastor nicht nur ein, tatsächlich zu Beginn von dieser ganzen Geschichte, ein anerkannter Psychologe war, sondern er war gleichzeitig, und das ist erstmal ja nichts Schlimmes, er war auch bekennender Katholik und eng verbunden auch mit der katholischen Kirche. Und da sehen wir schon, wo eben dieser religiöse Hintergrund auf einmal in diese Psychotherapie mit reinkommt. Und die waren überzeugt davon, dass diese Dinge stimmen. Die waren auf jeden Fall zu der Zeitpunkt, wo es veröffentlicht ist, bin ich mir ziemlich sicher, waren die überzeugt davon, dass es so ist, dass der Teufel auf dieser Welt regiert und dass der Teufel so die Menschen unterdrückt und diese Verbrechen geschehen. Später, in den 90ern dann, wurde in irgendeiner Talkshow, man kann diese Dinge alle noch anschauen, wurde dieser Pastor dann gefragt, wurde er direkt gefragt, sind diese Dinge, dieses Michelle Remembers, sind es wirklich Erinnerungen an Dinge, die tatsächlich geschehen sind oder es ist nur die Erinnerung von Michelle, was auch zu tun hat mit ihren Projektionen. Also ist es eine objektive Wahrheit oder ist es nur das Innenleben von Michelle? Und da hat er dann gesagt, der Pastor, naja, es ist für sie eine echte Erinnerung, es ist ihre echte Erinnerung, es ist ihre echte Wahrheit und mehr interessiert die nicht, mehr kümmert die nicht. Also im Original hat er, glaube ich, gesagt, and that's all I care of. Das ist alles, was mich interessiert so. Für sie ist es also eine Wahrheit, es ist aber keine objektive Wahrheit. Problem an der ganzen Sache ist, weil im rein therapeutischen Rahmen ist das durchaus auch interessant und natürlich eine tiefe Verletzung, ein tiefes Trauma, das äußert sich dann irgendwo und da ist es auf jeden Fall ja ernst zu nehmen und dann mit ihr zu arbeiten, um sie zu therapieren, um es ihr besser zu gehen, um mit diesem Schmerz, den was auch immer sie da gehabt hat, umzugehen. Aber es ist keine objektive Wahrheit. Problem ist aber, dass das als objektive Wahrheit verkauft wurde und er auch davon überzeugt war und dass tatsächlich dann in den 80ern eine ganze Bewegung entstand, die überall diese satanische Verschwörung wittert. Und dort wurden tatsächlich Leute angeklagt, da sind Leute ins Gefängnis gegangen, da wurden Leben ruiniert von sowohl vermeintlich Beschuldigten als auch von vermeintlichen Opfern. Es ist nichts Heilsames dabei rausgekommen. Das ist, was ich damit sagen möchte. Michelle remembers. Damit ging es los. Das Ganze ist auch deswegen wahrscheinlich so erfolgreich, weil es eben diesen religiösen Hintergrund hat. Und deswegen denke ich mir, das ist meine Einschätzung, ist es auch in Amerika so groß geworden, viel größer als in Europa. In Europa gab es es auch, auch in den 80ern. Aber es ist nie in Europa so groß geworden wie in Amerika. Warum? Weil tatsächlich Amerika eine viel religiösere Gesellschaft ist als bei uns. Der Staat hat zwar die Religion ausgeklammert, aber in Amerika leben ganz, ganz viele Amerikaner streng religiös. Und das verbindet sich auch mit einer gewissen politischen Weltanschauung, die insgesamt wahrscheinlich eher so rechtskonservativ zu Orten ist. Und da reden wir aber von wirklich vielen, vielen Millionen. Das ist Mainstream in Amerika. Und Leute, die also sowieso schon in diesem religiösen Narrativ drin sind, es gibt Gott und es gibt den Teufel, die sind da anfällig gewesen. Und irgendwann kam da, war dann echt in Amerika so eine Stimmung, wo eben Leute aus diesem religiösen Hintergrund wirklich überall eine satanische Verschwörung gewittert haben. Und die Anschuldigungen, die gingen dann echt krass. Das ging in die Popkultur rein. Und das ist vielleicht, wo viele von euch sich auch noch erinnern, oder was man auch schon weiß, die krassen Anschuldigungen, die dann hervorgebracht wurden gegen Musiker. Insbesondere die in den 80ern dann schon stark werdende Rockmusik, Metalmusik. Und da gab es auch krasse Geschichten. Bands wie Judas Priest beispielsweise. Die wurden irgendwann mal tatsächlich angezeigt. Und es gab tatsächlich eine Gerichtsverhandlung, wo Judas Priest vorgeworfen wurde, sie wären verantwortlich für den Tod von zwei jungen Männern. Wir reden da noch nicht mal von Teenagern. Das waren schon erwachsene Männer, 18 und 20, glaube ich. Und da gab es diesen Fall eben, eben diese beiden jungen Männer, die haben gemeinsam Suizid begangen. Und bevor sie den Suizid begangen haben, haben sie nachweislich die ganze Zeit von Judas Priest einen Song gehört. In dem es auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher Song das ist, aber in dem es halt auch, wie bei vielen Rocksongs, eben auch darum geht, um Todessehnsucht vielleicht, dieses Alleinsein in einer Gesellschaft, die er nicht versteht. Hey, typische Teenager-Sachen so. Und da wurde tatsächlich, Judas Priest wurde das vorgeworfen. Da gab es Gutachten, die aus der Wissenschaft kommen, die versuchen, es zu belegen, dass dort mit subliminal Messages, unterschwelligen Botschaften, diese beiden jungen Männer dazu gebracht wurden, sich umzubringen. Bei dem Gerichtsverfahren wurde die Band freigesprochen, weil offensichtlich kann man sowas nicht beweisen. Aber die Anschuldigungen, die waren riesig. Und das ging gegen mehrere Bands. Da könnte man alleine eine ganze Sendung drüber machen. Aber so ein paar Musiker, die da richtig, richtig Druck bekommen haben, beispielsweise Ronny James Dio, von dem ich euch schon mal an einer anderen Stelle erzählt habe, das ist der Typ, der diesen Song gemacht hat, den ich mal hier vorgestellt habe. An mir hieß er noch mal Stargazer. Und der Demut ist auch vorgeworfen. So, ja, der sorgt mit seiner Musik sozusagen dazu, dass die Jugend mit diesen satanischen Energien konfrontiert würde. Aber ganz ehrlich, ich kenne jetzt nicht jeden Song von Ronny James Dio, aber die, die ich kenne, da sehe ich jetzt nicht diesen Satanismus. Definitiv kann man aber sagen, es gibt ganz viele Bands oder überhaupt Künstler, die auch mit diesen Energien spielen. Und es auf Plattenkamers verarbeiten und so weiter. Das gibt es tatsächlich. Aber bei Ronny James Dio weiß ich nicht, ob man das überhaupt sagen kann. Aber diese Anschuldigung, die ging dann nicht nur darin, dass man sagt, hey, deren Kunst gefällt mir nicht und das ist doch keine lebenswehrende Kunst. Weil das könnte man durchaus kritisieren innerhalb der Kunst. Aber so die Anschuldigung ging, hey, du bist wirklich verantwortlich für Todesfälle, du bist verantwortlich für Verbrechen. Und das sind natürlich schwere Anschuldigungen. unter die tatsächliche, wo da Musiker an den Pranger gestellt wurden. Ronny James Dio, Judas Priest hatte ich erwähnt, Metallica natürlich. Eine Geschichte ist auch noch interessant, AC DC, auch eine dieser ganz großen Bands, die wurden da in Amerika, Anfang der 80er, hatten die auch eine riesen Kampagne gegen sich. Das wurde ausgelöst durch einen Serienkiller, den es wieder in echt gab. Der hieß Ramirez. Ich glaube, Richard Ramirez. Und das war ein Serienmörder Ende 70er, Anfang 80er in Kalifornien. Und dieser Mörder ist bekannt geworden unter dem Namen Night Stalker. Also ein Stalker, wisst ihr, das ist jemand, der Leute belästigt, verfolgt irgendwie. Und das ist der Night Stalker. Warum? Weil dem ist dann die Verbrechen immer so ablaufen, der ist nachts in Häuser eingestiegen, irgendwie die offen waren, Fenster oder so, und hat dann die Leute umgebracht. Und dieser Night Stalker, der hat auch so ein bisschen mit der Presse so gespielt. Und irgendwann ist dann, da ist auch der Name dann hergekommen, Night Stalker. Und irgendwann hat man am Tatort dann eine Base Cap gefunden mit ACDC drauf. Und irgendwann wurde auch dieser Ramirez gefangen und dann kamen diese Dinge an die Öffentlichkeit. Und es wurde der Zusammenhang hergestellt, der Night Prowler, der Night Stalker, der wäre deswegen Night Stalker gewesen, weil es diesen ACDC-Song gibt auf dem Highway to Hell-Album. Ja, Highway to Hell, da ist ja schon, wenn du jetzt eben diesen religiösen Muster drin bist, ist schon klar, das ist ja eine satanische Platte. Und der Song Night Prowler, der auf der Platte sich findet, der hätte den Ramirez dazu gebracht, diese Taten zu begehen. Das stimmt nicht. Sondern umgekehrt, der Ramirez begeht diese Taten, aber er fühlt sich vielleicht, also er hatte tatsächlich diese ACDC-Connection, aber es ist nicht so, dass die Band ihn dazu gebracht hat, diese Taten zu begehen. Das wäre ja völlig verrückt. Das sieht zu, was du mich hast anrichten lassen. Sondern die Verantwortung liegt natürlich bei dem Täter, aber er hat halt gerne ACDC gehört. Aber ist deswegen die Band schuld? Und diese Ideen, dass Musiker, oder das über die Musik, sagen wir mal so, weil ob die Musiker dann selber dafür verantwortlich sind, wäre nochmal eine Frage, die zu diskutieren wäre. Aber die Idee, dass über die Musik unterschwellige Botschaften gebracht werden, die dann Leute dazu bringen, Verbrechen zu begehen, das halte ich schon für ein starkes Stück. Und das geht tatsächlich schon auf eine Zeit vorher zurück, auf diese Geschichten rund um Charles Manson. Ihr erinnert euch, da habe ich auch schon mal an anderer Stelle intensiver drüber gesprochen, aber erinnert euch nur daran, Charles Manson, das Hauptnarrativ, was die Leute heute so haben, dass es dort, dass es diese Verbindung von diesem ganzen Manson-Clan hin zu Okkultismus und Satanismus, das ist nur noch mal alles die Story, die Vincent Bugliosi gebracht hat, der damals der Staatsanwalt war. Und der hat auch ein Buch geschrieben, der auch reich geworden ist. Das ist sozusagen schon so ein Vorläufer von dieser Satanic Panic. Und da kam eben auch diese These auf und Manson hat das möglicherweise oder hat es wahrscheinlich selber auch so dann auch forciert. Die Beatles, die Beatles wären es gewesen, die ihn zu diesen Taten getrieben hätten oder ihn und seine Leute, weil, noch mal, bei Manson, er selber hat ja gar keine Tat begangen. Der war bei diesen Manson-Morden, die man Manson-Morde nennt, war der gar nicht am Tatort. Ist trotzdem sein Leben nach einem Gefängnis gesessen, aufgrund von welchen Dingen. Aber hey, ich will ja Manson nicht als unschuldig darstellen, denn da sind ja tatsächlich Verbrechen passiert. Da sind Verbrechen passiert und für die müssen die auch einstehen. Das Ding ist nur, sind die Verbrechen passiert, weil die Beatles ihnen das befohlen haben auf unterschwellige Art und Weise irgendwo im White Album? Da wird es dann schon schwierig. Das ist auch, wo wir schon bei dieser Musik sind. Ich meine, das ist letzten Endes tatsächlich so ein noch älteres Ding. Bei Manson fängt es an, aber du kannst es auch schon verfolgen, wenn du in Amerika schaust in den 50er und 40er Jahren. Da galt diese ganze Bluesmusik als die böse, schwarze Negermusik. Ich zitiere das jetzt hier nur, wie das gesehen wurde, die letzten Endes da unschuldige, weiße Kids dazu verfügt, Sex und Drogen und dann eben noch schlimmere Dinge so reinzuziehen. Das wurde damals auch schon als das Böse gesehen, als satanisch. Und zweifellos hat die Musik mehr Kraft, als ihr die meisten Menschen zugestehen wollen. Ich hatte ja auch schon mal mit Ralf Rallenstein hier zu Gast, jemand, der da auch tief reingeht, der selber Musiker ist. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und natürlich hat Musik, weil Musik einen Zugang auch liefern kann, wirklich in das tiefe, innere des Menschen, natürlich hat Musik auch eine Wirkung auf den Menschen. Es gibt heilsame Musik und du kannst auch Musik destruktiv einsetzen. Das war auch keine Frage so. Aber das ist dann immer eine Wechselwirkung. Was es aber ganz sicher nicht gibt oder bin ich überzeugt davon, dass irgendjemand dir eine Message in der Musik unterjubeln kann und du dann auf einmal Dinge machst, die gegen deinen Willen sind. Das glaube ich nicht. Und dazu gibt es auch keinerlei Belege. Und wie gesagt, diese Vorwürfe, die reichen weit zurück. Aber wenn es bei der Musik so ist, könnte man auch fragen, welche Musik hat dann Hitler gehört? Ist Wagner schuld, dass Hitler auf seinen Trip gekommen ist? Hat Wagner dafür die Verantwortung? Das führt aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung. Aber das wollte ich jetzt nur mal so zeigen, wie alt auch schon diese Idee ist, dass die Musik irgendwas Böses sein könnte. Heute sehen wir das auch beispielsweise bei religiösen Extremisten wie den Taliban. Das ist ein komplettes Musikverbot. Da ist dann Musik überhaupt eben böse und bietet irgendwie das Tor der dämonischen Welt in den Menschen. Aber ich meine, wenn du so mit Musik umgehst, weiß ich nicht. Das ist dann schon nahe dran an einem Jorge von Burgos. Hier eine literalsche Figur aus Der Name der Rose von Umberto Eco. Ist auch so dieser Mönch, der so gefangen ist in einem Welpel, wo er auch überall nur Satan am Wirken sieht. Und jedes Lachen schon kann Ausdruck eher von satanischer Energie sein. Und halt so ein super strenger religiöser Extremist. Und das sind, wo diese Muster halt immer wieder vorkommen. Und so ist es halt in den 80ern gekommen. Auf einmal kam eben von diesen ganzen religiösen Leuten diese Projektion so, was da alles satanisch ist. Und tatsächlich hat dieser Doktor, nee, Doktor ist es eben nicht, dieser Pastor, dieser Psychologe, weil er ja auch Katholik war, der hat dann auch gleich den Kontakt gesucht zu Geistlichen. Sowohl dort in Victoria als auch dann letztens bis zum Vatikan, um Strategien zu entwickeln, wie man mit dieser satanischen Weltverschwörung umgehen kann. Der hat das also nicht gesehen, Satanismus als ein Ausdruck einer menschlichen Psyche, wie das sich halt irgendwie ausdrückt, sondern der hat das wortwörtlich so geglaubt. Es gibt diesen Teufel. Und was machen wir? Und plötzlich sind auf einmal wieder, auf einmal sind wir die Priester und die Exorzisten sind auf einmal wieder deine Verbündeten. Und da müssen wir irgendwie gemeinsam was machen. Und spätestens da müsste man eigentlich auch schon merken, wow, wir bewegen uns hier auf ganz unsicheres Terrain. Naja, wie gesagt, die Auswirkungen, die das hatte, das ging nicht nur, dass Bands beschuldigt wurden, sondern etwas, was wir auch heute immer wieder begegnen. Es gab ein Spiel in den 80ern, was dann auch schwer ins Schussfeuer kam. Noch nicht mal ein Computerspiel, weil die Idee mit Computerspielen, das hat damals erst angefangen, sondern es ist ein Rollenspiel, wo du aber auch so was kaufen konntest, so ein paar Karten und irgendwelche Dinge würfelt, ein Deck. Und das Spiel heißt Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons. War in den 80ern ziemlich populär. Ich selber habe das nie gespielt. Ich habe es aber irgendwie im Tiefen, mein Irgendwer, schon mal davon gehört. Aber ich kann mich nicht erinnern, das je gespielt zu haben. Ich weiß nicht, wie weit verbreitet das in Deutschland war. Aber in Amerika war das in den 80ern ein sehr populäres Spiel. Ein Rollenspiel, was in so eine Fantasy-Welt führt und wo halt die Spieler die Rollen einnehmen von Helden, aber eben auch von bösen Charakteren. Und dieses Spiel, da wurde eben dann auch gesagt, das ist verantwortlich dafür, dass diese satanischen Energien in die Kinderzimmer der anständigen amerikanischen Mittelklasse kommen. Und tatsächlich gab es auch dort Fälle, es gab Kinder oder Jugendliche, die Suizid begangen haben, wo man dann versucht hat, eine Kausalkette hin zu diesem Spiel zu finden. Ey, der Junge hat das die ganze Zeit gespielt. Der war total verloren in dieser Welt. Am Ende hat er sich umgebracht. Dieses Spiel ist satanisch. Was stimmt da nicht an dem Bild? Ich meine, offensichtlich ist es so, du kannst alle Dinge übertreiben. Wenn du natürlich den ganzen Tag nur destruktive Musik hörst und ey, im Vergleich zu Bands wie Judas Priest oder Metallica in den 80ern gibt es heute ja noch viel extremere Musik. Und natürlich, wenn du das den ganzen Tag reingibst, brauchst du dich nicht wundern, wenn das nicht unbedingt deine Psyche erhebt, wenn es dir nicht gut tut. Das ist wie bei allen Dingen. Wenn du Dinge übertreibst, dann tun sie dir nicht gut. Ob das jetzt zu viel solche Musik ist, ob das, wenn du ständig nur irgendwelche, wirklich Horrorfilme dir anschaust, ob du ständig nur, was weiß ich, in irgendwelchen destruktiven Computerspellen nur dich verlierst. Ja, man kann sich verlieren. Es ist dieser Begriff von Eskapismus, Escape, also Leute, die letztens fliehen aus ihrer Realität und sich dann halt in irgendeiner Scheinwelt verfangen. Ob das eine religiöse Scheinwelt ist, ob das eine fiktive Welt ist, die aus irgendwelchen Büchern kommt oder eben aus dem Spiel eine Fantasywelt, ob das diese satanische Welt ist. Wie auch immer, man kann sich in diesen Dingen verlieren. Das ist zweifellos richtig. Aber zu sagen, das Spiel ist dafür verantwortlich, dass Menschen Verbrechen begehen, das ist eben diese moralische Panik. Weil daraus folgt immer, wir müssen es verbieten. Wir müssen es bekämpfen. Und das ist, wo das dann schwierig wird, wo eben nicht was Heilsames kommt, wo auf einmal eher dieser Geist von Verfolgung aufkommt. Und willst du dann deswegen Spiele verbieten? Heute sind die Spiele übrigens noch viel, viel krasser. Und ey, ich sage nicht, dass diese Spiele gut sind. Ja, also, aber sind es die Spiele, die die Jugend verderben? Oder ist es nicht umgekehrt? Es sind die Tatsache, dass es solche Spiele gibt und dass die so populär sind. Die Tatsache, dass es so eine Musik gibt und dass die populär ist. Ist es nicht eher ein Symptom, ein Ausdruck dafür, für den modernen Menschen, wo es halt viele Menschen gibt, die eben dieses Gleichgewicht verloren haben? Das ist das Ausdruck, der an Gefühlswelt. Und das ist das, was letztens Kunst immer ist. Das heißt nicht, dass man gewisse Dinge schön finden muss oder sowas, aber die Kunst drückt doch nur das aus, was in den Menschen drin ist. Und wenn ein junger Mensch sich so zu verlieren droht in solchen Fantasy-Welten, da müsste man doch eher mal schauen, was treibt ihn denn aus seiner Wirklichkeit weg? Warum flieht er denn so? Wo sind denn da die Dinge im Hagen? Und das ist, was man dann aber nicht machen möchte, die Verantwortung dann vielleicht übernehmen für diese Probleme, sondern man schiebt es dann weg. Hey, die Beatles sind schuld, Metallica ist schuld, oder diese Spiele schuld. Und du gibst immer die Verantwortung ab. Es sorgt keine Heilung, da kommt keine Heilung daraus. Ich meine, manche Dinge, die sind dann so krass geworden, die Anschuldigung, dass sie gerade zu grotesk erscheinen. Man hat zum Beispiel gesagt die Schlümpfe, so ein typischer 80er Jahre Popkultur-Ding, die Schlümpfe. Man hat gesagt, hey, die Schlümpfe, das ist alles Satanismus. Die sind blau, die haben eine blaue Haut und schwarze Lippen, das ist der Tod, das sind Leichen und so. Okay, ich meine, das ist halt eine Projektion, die du da raufsetzt. Aber, das kannst du letztens bei allen Dingen machen. Und dieses Problem ist jetzt auch diese, man spricht von einer moralischen Panik. Ich weiß gar nicht, ob das ein legitimer Begriff ist im Deutschen, aus der Wissenschaft, aus der Psychologie. Im Englischen spricht man halt, oder amerikanisch müsste man fast sagen, spricht man von dieser Moral Panik, eine moralische Panik, dass das Unmoralische sich verschwört und irgendwie seine Fühle ausstreckt. Und das ist auch heute ein Riesenproblem. Damals war es so, dass die Medien das auch verstärkt haben. Heute läuft das viel auf Social Media ab. Und das ist nicht nur ein Problem in Amerika oder bei uns, das ist in vielen Ländern ein Riesenproblem. Nur mal so, was und ein kleiner Exkurs. In Indien beispielsweise, ein Land, was mir sehr am Herzen liegt, da ist das in den letzten Jahren ein Riesenproblem geworden. Und der Staat versucht auch schon, da irgendwie zu agieren. Letzten Endes fällt ihm auch nichts anders ein, als mit Zensur auf diese sozialen Medien einzuwirken. In Indien gibt es Dutzende von Fällen, wahrscheinlich noch viel mehr, wo innerhalb von einer Social Media Blase eine Moral Panic, eine Satanic Panic ausgelöst wird. Da gehen auf einmal Gerüchte um, oft lokal begrenzt, in einem Ort, irgendeine Kleinstadt, irgendwo in der Provinz. Und da gehen auf einmal Gerüchte von Leuten vor Ort, hey, wir haben gesehen, da sind Fremde sind hier bei uns jetzt und die sammeln Kinder ein, um die wiederum wegzubringen für, wer weiß was, für furchtbare Zwecke. Und diese Nachrichten, diese Gerüchte verbreiten sich einmal und dann ist diese Fälle, gab es schon ganz oft, plötzlich werden Leute, die dann tatsächlich da gerade fremd sind, die auf der Durchreise sind, die möglicherweise, ja, möglicherweise haben sie auch tatsächlich irgendwie Dreck am Stecken, aber möglicherweise auch nicht. Das Problem ist, dass da nur Anschuldigungen kommen und da in Indien, da gab es eine ganze Reihe von Lunchmorden in den letzten Jahren, die aufgrund einer moralischen Panik gekommen sind, die sich in dieser Social Media Bubble nur so verstärkt. Und da wurden dann tatsächlich Leute auf der Straße totgeprügelt so. Ey, das ist der Typ, der ist in unsere Stadt gekommen, um Kinder zu verschleppen, möglicherweise aber nur jemand, der auf der Durchreise ist. Diese, also dieses Phänomen, passiert tatsächlich in anderen Ländern auch. Es ist ein ernstzunehmendes Problem. Tatsächlich kam es dann in Amerika in dieses Satanic Panic, die hat sich immer weiterentwickelt. Und es kam dann tatsächlich auch zu wirklich schwersten Anschuldigungen, die dann auch Gerichtsprozesse nach sich gezogen haben. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von durchaus gut dokumentierten Fällen, die heute aber bei uns, also auch hier im Deutschsprangraum kaum einer kennt. Und einen von diesen Fällen möchte ich euch jetzt vorstellen. Das ist der der McMartin Preschool Inzident. So könnt ihr das ja auch selber finden. Ich empfehle natürlich, schau dich diese Dinge mal genauer an, recherchiert das mal nach. McMartin Preschool Inzident. McMartin Preschool Preschool ist Vorschule. Also so eine Mischung aus Kindergarten, Kindertagesstätte, irgend sowas. Kinder, die noch nicht in der Schule sind. Es geht um Kinder im Alter von zwei bis fünf oder sechs Jahren. Diese McMartin Preschool, die war in einer Community von Los Angeles, im Manhattan Beach. Das ist so ein kleiner Stadtteil, kleine Community. Dort war diese Vorschule. Und das hat angefangen 1983. Da hat eine Mutter eine Anzeige gemacht bei der Polizei, weil sie gesagt hat, ihr Kind, ein zwei- oder dreijähriges Kind, sei in dieser McMartin Preschool missbraucht worden. Von einem von den Lehrern, Erziehern. Und dieser eine Vorwurf, der kam und wurde zur Polizei gebracht. Und die Polizei hat daraufhin erstmal diesen Lehrer festgenommen. Was schon krass ist, weil es erstmal nur eine Anschuldigung. Der wurde festgenommen, aber man konnte dann auch nicht wirklich was beweisen. Aber die Polizei, eben in diesem kulturellen Kontext, Anfang der 80er, wow, Satanismus, da müssen wir genauer hinschauen. Da ist was dran. Und dann hat die Polizei hat dann einen Brief geschrieben, den sie an alle Eltern geschickt hat, die Kinder in dieser McMartin Preschool haben. Haben sie einen Brief geschrieben, haben gesagt, don't panic, es gibt zwar keine Beweise, aber es gibt möglicherweise, es sind in dieser McMartin School Dinge am Laufen, die verbrecherisch sind. Und wir wollen zwar keine Panik schüren, aber fragt mal eure Kinder und dann kommen so Sachen, ob sie missbraucht wurden, wirklich auf, also Sodomie, wirklich die unglaublichsten Geschichten so. Das stand ja schon im Brief. Und das hat natürlich eine verheerende Auswirkung gehabt auf die Eltern. Die Eltern lesen das. Und es heißt zwar, ja, macht euch keine Sorgen, so, das ist jetzt, wir fragen ja nur mal, sprecht mal mit euren Kindern, ob da was dran ist und so. Und das hat aber natürlich dafür gesorgt, Eltern sprechen mit ihren Kindern, Eltern sprechen untereinander. Und die Gerüchteküche ist halt hochgewabert. Dann kam ziemlich schnell, also gleich am Anfang auch, gab es eine Organisation, die das Kindeswohl im Fokus hat. Also eine Organisation, Sozialarbeiter, Psychologen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sich um Kinder zu kümmern. Die wurden dann schnell zurate gezogen. Und ab da ist das Ding dann wie so ein Schneeball geworden. Tatsächlich ist es so, dass dort die Kinder, und wir reden zum Teil von zweijährigen Kindern, die konnten ja nicht so einfach von der Polizei verhört werden. Oder du fragst, dass Polizisten ein Kind warst. Das ist schwierig. Und die Polizei wiederum hat eben Sozialarbeiter und Psychologen aus dieser Kinderhilfsorganisation zurate gezogen und in die Ermittlungen mit einbezogen. Die sollen mit den Kindern reden und schauen, dass man da die Wahrheit ans Licht bekommt. Und tatsächlich haben dann eben Psychologen von dieser Organisation, die haben dann auch damals auf neue Befragungsmethoden auch entwickelt, wie kommst du an das tiefere oder Unterbewusstsein von kleinen Kindern ran. Und die haben das dann entwickelt, so mit Puppen, so mit Puppen gefragt und so weiter. Und das Problem ist, und das ist dann erst nachher dann in seinem ganzen Ausmaß dann ins Licht gekommen, bei diesen Befragungen, da hat man die Kinder in eine Richtung geschoben. Die Leute, die befragt haben, die Therapeuten, auch die Sozialarbeiter, die waren selbst schon wieder vollkommen überzeugt, dass es sich hier um echte Vorgänge handelt. Und dass es nur darum geht, diese Wahrheit, die sie vorher schon annehmen, aus den Kindern rauszuholen. Und du fragst ein Kind, ja, gab es da diese, man unterschreibt, umschreibt es, dann gab es Naked Games, also nackte Spiele, gab es Yuck Games, also Yuck ist so ein amerikanischer Ausdruck für Igittigitt. Und dann sagt das Kind halt, nö, gab es nicht. Und dann, wirklich, gab es es nicht? Und dann fragt man das aber immer wieder und dann erzählt man, ja, aber die Sandy hat gesagt, dass es das gab. Und das bringst du dann die ganze Zeit immer wieder zum Thema, bis du halt die Kinder das sagen. Und diese Fälle, das sind dann so viele geworden. Am Anfang war es dieser eine Fall. Und dann hat sich das innerhalb von Wochenmorden wie ein Schneeball entwickelt. Und am Ende, innerhalb von wenigen Monaten, war die Rede von 1400 Fällen. Nur in dieser kleinen Community. Nur in Manhattan Beach in Los Angeles. 1400 Kinder. Und das haben so diese Sozialarbeiter, Therapeuten gesagt. Sie haben von 1400 Kindern und haben sie diese Geschichten. Und so kam das dann, dann ist das dann ein Riesending geworden. Und tatsächlich ist dieser McMarton-Case, das ist die längste und teuerste Gerichtsverhandlung, glaube ich, die es jenen in den USA gab oder in Kalifornien gab. Das ist ein Riesending. Da wurden Millionen Gelder reingesteckt an Ermittlungen, an Gutachten und so weiter. Und es gab diesen Riesengerichtsprozess. Tatsächlich sind Leute von dieser McMarton-Highschool, äh, nicht Preschool, das ist im Grunde so ein Familienbetrieb. McMarton ist so ein Familienname, das ist so diese alte Dame hier, die hat diese Schule gegründet und dann geht es um deren Sohn, um ihren Sohn. Und ihr Sohn war einer der Hauptangeklagten. und der ist insgesamt fünf Jahre im Gefängnis gesessen, bevor er dann endgültig freigesprochen wurde. Naja, es waren also diese massiven Anschuldigungen und es gab aber nichts anderes als diese Anschuldigungen. Das ist das Ding. Man hat dann mit großem Aufwand hat auch damals die Behörden versucht, dieses Ding aufzudecken. Heute hat man oft den Verdacht, dass Dinge verschleiert werden, auch von den Behörden, wenn es um dieses Thema geht. Aber damals hatten die da sogar ein Interesse daran. Die Polizei hat das geglaubt. Die haben, das wurden zig Wohnungen durchsucht. Natürlich wurde dieses Schulgebäude oder dieser Kindergarten durchsucht. Und man hat halt nie irgendwas gefunden, was ein echter Beweis ist. Gar nichts. Man hat 1400 Anklagen, aber man hat kein einziges Kind, was offensichtliche Verletzungen hat. Man hat kein einziges Kind, was gestorben ist. Man hat kein Kind, was vermisst ist. Du hast aber 1400 Anklagen von schwersten Verbrechen. Und selbst das ist schon fraglich. Wie kann es sein, dass dein Kind vormittags, wenn du es dort in der, ist ja bei uns auch so, da gibt es dein Kind in der Kita ab und holst es nachmittags ab und das soll zwischendurch gefoltert worden sein und du bekommst es nicht mit am Nachmittag. Also allein das scheint mir so nur schwer vorzustellbar. Aber es war damals eben diese, die Leute haben das geglaubt, dass diese Dinge passieren. Die Kinder haben übrigens fantastische Dinge zum Teil erzählt. Also das ist auch alles dann erst im Nachhinein dann rausgekommen oder dann als dann der Prozess am Laufen war. Die haben in diesen Verhören zum Teil die krassesten Geschichten erzählt. Wie gesagt, die Richtung wurde denen schon reingelegt und letztens aus den einzelnen Aussagen von den Kindern wurde dann so ein großes Narrativ geknüpft. Aber die haben halt auch Dinge gesagt, die offensichtlich jetzt nicht einer justizablen Wahrheit angehören. Die haben erzählt, dass der Hauptangeklagte, der Bucky, dass der durch die Luft geflogen ist. Die haben erzählt, die wurden in Heißluftballons sind sie rumgeflogen, die Kinder mit irgendwelchen Satanisten. Es gab dann die krassesten Geschichten so und einige von diesen wirklich übersteigerten Geschichten, die hat man dann weggelassen, die hat man dann nicht vor Gericht gebracht. Vor Gericht waren halt dann diese ganzen Anschuldigungen von übelstem Missbrauch, Folter und so weiter. Es gab dann diese Aussagen von den Kindern und da sollte ich auch hellhörig werden, dass es da unterirdische Anlagen gab unter diesem Kindergarten, dass die Kinder in Tunnels geführt wurden, die dann wiederum in andere Bereiche führen, wo dann diese extrem schlimmen Verbrechen begangen wurden. und man hat dann nach diesen Tunnels gesucht. Tatsächlich hat man dort mit Baggern, man hat gegrabt, man hat halt nie einen Tunnel gefunden. Das ging dann sogar so weit, dass man den Eltern sogar erlaubt hat, selbst Grabungen vorzunehmen. Und die Eltern, die haben tatsächlich dann irgendwann einen Archäologen angeheuert und beauftragt, der soll jetzt wirklich die Tunnel suchen, weil man Sorge hatte, ey, der Staat verschleiert ist vielleicht nur. Und der Archäologe hat dann auch seine Arbeit aufgenommen. Und tatsächlich, der Archäologe wiederum, der hat Dinge gefunden, wo er sagt, ja, da könnten schon Tunnel sein. Aber hier ist es wieder so, der Archäologe hat das schon von vorne hinein geglaubt. Und was er halt gefunden hat, ist, gewisse Bereiche, aber ich weiß nicht, wie groß die sind, vielleicht sind es auch nur ein paar Quadratmeter, wo er sagt, die wurden verfüllt. Da war also vorher ein Tunnel, da wurde es verfüllt. Aber hey, ich meine, wir reden natürlich ja vom Stadtgebiet Los Angeles. Da gibt es auch schon, bevor dieses McMartin-Haus-Gebäude gebaut wurde, gab es auch schon vorher Gebäude. Da gibt es Kanalanlagen und so weiter. Fakt ist, dass man nie irgendeinen Tunnel gefunden hat oder Tunnelanlagen, wir reden ja von mehreren Anlagen, die dem entsprechen, was die Kinder erzählt haben. Es ist tatsächlich so, in diesem ganzen McMartin-Fall, es gibt nicht einen einzigen Beweis außerhalb der Aussagen der Kinder. Es gibt nichts anderes. Es waren dann die Vorwürfe auch, hier Pornografie, das spielt ja auch immer mit rein, dass diese Verbrechen dann auch gefilmt, Grafie heißt ja, Film, Fotos, dass die also auch grafisch irgendwie festgehalten wurden, um diese Dinge dann auch mehr zu verkaufen. Wir wissen, dass es diese Sachen gibt. Kinderpornografie und solche Sachen. Warum bringe ich das hier an? Man hat aber in diesem Fall nicht ein einziges Bild gefunden. Kein Filmmaterial. Und es ist auch später, bis zum heutigen Tag, wenn Polizei ermittelt, wenn solche Kinderpornografien im Netz auftaucht. Man konnte nicht ein einziges von diesen Kindern irgendwie verbinden mit diesen McMartin-Kindern. Also da gibt es absolut gar nichts. Was nicht heißt, dass nichts passiert ist, aber es gibt da keine Beweise. Das ist das Ding. Und da muss man halt dann, das ist, glaube ich, das Entscheidende bei dieser McMartin-Geschichte. Am Ende stehen nur Anschuldigungen. Nur Anschuldigungen. Du hast keinen einzigen Beweis. Du hast, wie gesagt, keine Opfer in dem Sinne, also dass irgendwie ein Kind vielleicht dieser Folter nicht überlebt hätte. Hast du nicht. Du hast keine schwersten Verletzungen bei Kindern. Aber gut, man kann auch glauben, vielleicht haben sie es weggeteufelt, wie auch immer. Wie bei der Michelle, vielleicht war es der Erzengel. Du hast aber keine Beweise. Und wenn wir uns das alles so anschauen, das war ein Riesenprozess. Da sind Leute jahrelang ins Gefängnis gekommen. Am Ende wurden alle freigelassen aus mangelnden Beweisen. Ein Freispruch. Es gibt einfach nichts außer den Anschuldigungen. Und am Ende ist es wirklich so, dass alle nur verloren haben. Und das ist hier ein People, irgendein Magazin, Zeitschrift aus den 80er Jahren, eben von damals. Und tatsächlich schreiben sie das genau hier so. Was ist dabei rausgekommen? Am Ende hast du die Angeklagten, die Beschuldigten, deren Leben ist ruiniert. Finanziell ruiniert durch die ganzen Gerichtskosten und dein Ruf ist natürlich für immer kaputt. Die Angeklagten, deren Leben war ruiniert. Die Kinder, die Kinder, um die es dort ging, die sind nachhaltig in ihrer Psyche auch geschädigt worden. Zum einen werden sie nicht, also sie werden zu diesen Aussagen hingeschoben, aber dann werden ihre Aussagen auch wiederum nicht geglaubt. Und tatsächlich all diese Kinder, die vielleicht von selber überhaupt gar nichts erzählt hätten, aber plötzlich fragen die Eltern und plötzlich gibt es Therapeuten. Und all diese Kinder, die werden alle auch in diese Therapie geschickt und die bewegen sich auf einmal wochenlange Therapiesitzungen, wo halt die Kinder dann immer mehr das raushauen, was halt erwartet wird. Und am Ende ist tatsächlich auch die Psyche von den Kindern total durcheinander geraten. Die Kinder wissen nicht mehr, wem kannst du trauen, wem nicht. Letztens war jeder verdächtig, jeder Erwachsene, Eltern auch. Und tatsächlich, das ist das Krasse, es gibt heute noch Menschen, die damals Kinder waren, die das immer noch glauben, die wirklich überzeugt sind, sie wurden dort missbraucht. Und es ist einfach jetzt nicht mehr auseinanderzuhalten, gab es wirklich einen Missbrauch, weil das ist ja nicht auszuschließen, dass da wirklich was passiert ist an der Schule. Aber klar ist dieses Ausmaß, 1.400 Fälle, das und ohne einen einzigen Beweis zu hinterlassen, das ist absolut unwahrscheinlich. Aber jetzt, das können wir jetzt eben nicht mehr unterscheiden. Und es gibt Kinder, die sind jetzt überzeugt davon, dass das dort, dass sie auf satanische Art und Weise missbraucht wurden, ohne dass sie es beweisen können. Die selber glauben. Es bleiben Eltern übrig, wo immer der Zweifel da ist. Und wenn jemand von euch selber Kinder hat, dann weiß er, wie krass sensibel wir natürlich bei diesem Thema sind. Kinder, ey, das triggert uns. So wird aber auch mit uns gespielt, mit unserer Psyche. Weil das ist genau eine unserer Schwächen als Menschen. Da kommen unsere Emotionen mit rein. Es gibt Eltern, die bis heute nicht wissen, was ist wahr und was nicht. Du willst deinem Kind vertrauen, auf der anderen Seite gibt es da keine Beweise. Und es gibt Eltern, die bis heute darunter leiden. Das sind tausende von Leuten, nur in diesem einen Fall rund um diese McMartin Preschool, deren Leben nachhaltig Schaden genommen hat. Und was hat man denn gewonnen bei der Seite? Ist irgendwas dabei rausgekommen? Wie gesagt, ich will nicht ausschließen, weil ich war bei dem Fall nicht dabei. Ich will nicht ausschließen, dass es da tatsächlich in dieser McMartin Preschool vielleicht irgendwas gegeben hat. Vielleicht hat der Bucky tatsächlich ein Kind missbraucht oder ist in die Nähe davon gerückt. Es gibt da auch alle möglichen Stufen bis hin zu diesen extremsten Vorwürfen, die fast wie aus so einem John-Sinclair-Horror-Roman sind oder sowas. Möglicherweise gab es wirklich was. Aber das kommt dann nicht mehr ans Licht. Weil was wirklich passiert ist, das war dann gar nicht Gegenstand der Ermittlungen. Sondern am Ende ist also der Wahrheit nicht gedient worden. Die Wahrheit ist nicht ans Licht gekommen und alle Beteiligten haben verloren. Das ist das Problem von dieser übersteigerten Hype. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Thema heute bringe. Weil es geht hier nicht darum zu sagen, oh, ey, sowas gibt es nicht. Natürlich gibt es Kindesmissbrauch. Natürlich gibt es auch Satanismus. Diese Dinge gibt es. Ich möchte nur mal so hier drei Fälle mal direkt reinschmeißen, von denen ihr alle schon gehört habt, die hochgradig brisant sind und ernst sind und die unsere volle, also mit uns meine ich als Gesellschaft, die volle Aufklärung verlangen. Aktuell die Geschichte rund um Jeffrey Epstein, Lolita Express, dieser super reiche Typ, der so viele interessante Freunde hatte, wo so viele prominente Namen auf dem Sonderlisten stehen und die dort auf einer Insel in der Karibik abgeschlossen, irgendwie von der Öffentlichkeit, ja, was auch immer gemacht haben. Das Geld eben aufzuklären. Dass da Verbrechen passiert sind, ist überhaupt kein Zweifel so. Welche Verbrechen? Die müssen wir aufklären so. Weiteres Beispiel aus unserer Zeit wäre der Fall Dutroux. 90er Jahre, zähle ich noch zu unserer Zeit, das ist meine Lebenszeit. Dutroux, 90er Jahre, es dürfte auch den meisten bekannt sein, da reden wir auch von echten Fällen, von echten Opfern, von die man, da sind echte Verbrechen geschehen. Und bei dieser Dutroux-Geschichte, ähnlich wie bei Jeffrey Epstein, auch dort gibt es eindeutig Verbindungen zu highest places, bis hin zum belgischen Königshaus. Wie genau die Verbindungen sind, das wäre eben wirklich die Sache, die wir aufklären müssen. Und zwar nach rechtsstaatlichen und sauberen Methoden. Aber diese Dinge passieren nicht, weil eben dieses Satanic Panic da irgendwie mit drüber liegt. Und noch ein drittes Beispiel, und das sind nur drei, es gibt noch mehr Beispiele, wäre der Fall Jimmy Sack, Jimmy Savile, dieser englische BBC-Mann, der über Jahrzehnte hinweg, und auch da, da reden wir nicht mehr von Spekulationen, sondern wir reden von Kriminalität und von Verbrechen. Dieser Jimmy Savile, der auch hunderte, wenn nicht gar tausende von schwersten Verbrechen begangen hat, und der auch Connections hatte zu highest places, der war gut vernetzt mit der Royal Family, mit Prinz Charles. Allein dieser Fall Jimmy Savile, boah, das ist so unfassbar großer. Aber was jetzt das Entscheidende bei diesem Thema hier ist, wir müssen uns auf Beweise konzentrieren. Wir müssen wirklich mit handfesten Methoden Verbrechen verfolgen und auch bestrafen. Es geht mir nicht im Geringsten darum, das irgendwie zu verharmlosen, ganz im Gegenteil. Schuld und Sühne. Das ist, wie es Dostoyevsky schreibt, wenn solche Verbrechen sind, dann musst du sie aufklären. Und die müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und mit aller Härte des Gesetzes, mit aller Härte, die der Rechtsstaat zur Verfügung hat. Aber was nicht geht, ist dieses übersteigerte, dieses reinprojizieren, dieses Verbrechen, die weltliche Verbrechen sind, die einzubauen in ein religiöses Narrativ, in so Glaubensmuster. Weil das Problem ist, dass eben die wirklichen Verbrechen in diesem Wust sich eben auch tarnen können. Die werden dann nicht mehr sichtbar. Und das ist ein Phänomen, das hast du ganz oft. Es geht hier auch nicht darum, jetzt nur zu sagen, ja, das ist so die Rechten, das ist deren Strategie von Desinformation. Weil offensichtlich, einiges von dem, was ich hier erzählt habe, aus dieser Satanic Panic aus den 80ern, das begegnet uns ja heute wieder. Das begegnet uns heute wieder, eins zu eins zum Teil. Und das sind dann die Geschichten, die aus dieser QAnon-Ecke auch so kommen. Vor der ich schon vor ein paar Jahren habe ich schon darauf hingewiesen. QAnon, Leute, das ist ein Psy-Op. Und diese Leute, ich will nicht sagen, dass die diese Satanic Panic kreieren, aber sie unterstützen sie. Sie forcieren sie. Weil sich in dieser Satanic Panic die wahren Verbrechen dann verstecken können. Und dann, wenn du jetzt versuchst, wirklich ehrliche Aufklärung zu machen, dann kommst du ganz schnell in diese Ecke, oh, das sind ja völlig verrückte Geschichten. Das kann man da nicht ernst nehmen. Und das sorgt dafür, dass nicht wirklich aufgeklärt wird. Diese übersteigerten, religiösen Projektionen, die sorgen dafür, dass die Wahrheit verschleiert wird. Das ist, warum ich das so wichtig finde. Und genau das ist, was mir heute auch passiert. Es gibt Verbrechen. Es gibt auch tatsächlich in der Elite, es gibt Geheimbünde und so weiter. Aber was wir nicht reinfallen dürfen, ist in dieses Denken, das ist der Teufel. Weil dann bist du im religiösen Denken behaftet. Und das ist etwas, was uns Menschen auch die Macht nimmt. Dann sind es ja auf einmal größere Dinge. Gott und der Teufel, in dem man wieder drin sitzt. Und ja, dann braucht es keine Richter, sondern brauchen wir am besten wieder irgendeinen Inquisitor oder irgendeinen Exorzisten. Aber die Dinge haben wir doch schon hinter uns. Wir sollten, wenn es um solche Anschuldigungen geht, dann musst du klare Beweise liefern. Und zwar auf einer weltlichen Art und Weise. Das ist, was unsere Verantwortung ist. Und dass wir da nicht so reinrutschen in dieses moralische Panik, in dieses Vorverurteilen. Und plötzlich witterst du überall diese Geschichten. Plötzlich ist die ganze Elite, alle sind irgendwo in einem satanischen Netzwerk drin. Alle Promis sind irgendwie bösartig. Alle in Hollywood sind alles Transen. Da tust du der Wahrheit keinen Gefallen. Da bewegst du dich weg von der Wahrheit. Da fängst du sogar an, Dinge so übersteigert zu zeichnen, dass du wiederum ein vernünftig denken Menschen damit nur abschreckst. Und somit dieses wirkliche Thema in so eine Schmuddelecke schiebst. Und das ist, warum das dann von den Tätern auch sehr gerne gesehen wird. Ja, mach das ruhiger. Noch weiter anschüren. Noch verrückter, noch verrückter. Damit die echten Dinge nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist so ein Riesenproblem, was es bei uns gibt. Und dieses Phänomen übrigens, dass es auch dann politisch kommen kann, das ist eben keineswegs so, dass es jetzt nur von rechter Seite stattfindet. Das gab es schon öfter. Historisch, jetzt vielleicht noch mal ein Beispiel, wo eher die linke Seite beschuldigt wurde. Das war in den USA, die McCarthy-Ära. McCarthy, nur ganz kurz, können wir auch tiefer darauf eingehen. McCarthy, das war in den 50er Jahren. Und McCarthy war, glaube ich, ein Senator oder sowas. Und der hat eine Hexenjagd losgetreten, wo das Grundglaubensnarrativ war, es gibt die kommunistische Weltverschwörung. Das sind sich die Satanisten und Kommunisten. Und die wären überall in Amerika, würden die Positionen infiltrieren und würden Macht gewinnen. Und damals in dieser McCarthy-Zeit, da hat auch schon die Anschuldigung gereicht. Der steckt auch mit drin. Und da haben Leute, ihre Karriere ist kaputt gegangen. Du hast auf einmal diese Anschuldigung gehabt und egal, was du dann sagst, du wirst es nicht mehr los. Irgendwas bleibt immer hängen. Genauso wie bei dieser McMartin-Geschichte. Irgendwas bleibt immer hängen. Möglicherweise sind die alle komplett unschuldig, aber es bleibt immer was hängen, weil man denkt sich, naja, wo Rauch ist, ist auch Feuer oder sowas. Vielleicht war ja irgendwas da und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Aber ihr seht, das sind die Probleme, in die man da reinkommt. Irgendwann reicht die reine Anschuldigung. Und wenn du nur mit Anschuldigung und wir reden von schwersten Verbrechen Leute beschuldigst, dann entsteht dieses Klima von Hexenjagd. Und heute haben wir nach der Aufklärung, wir haben immer noch einen Rechtsstaat, wo immer noch ein Richter ist und der sagt, ich will Beweise sehen. Und in dieser Satanic Panik, Leute sind im Gefängnis gewesen, aber nicht, weil sie vorurteilt wurden, sondern in Urhaft sozusagen. In Zeiten von Hexenverfolgung, da gab es diesen Rechtsstaat nicht. Da hat tatsächlich bloße Anschuldigung gereicht und es sind Leute gestorben. Hey, die Nachbarin, die ist dafür, die hat mich verhext und ich bin auf einmal so in einem Wutausbruch gewesen und habe meine Kinder verdroschen. Aber ich bin nicht schuld. Die Nachbarin war es, die hat mich verzaubert. Und es gab eine Zeit, da hat so eine Anschuldigung schon gereicht, um diesen Menschen das Leben zu kosten. Heute geht es nicht mehr ganz so einfach, aber die Anschuldigungen, diese psychologischen Mechanismen sind dieselben. Ja, und ich wollte euch noch Beispiele geben, weil das nicht nur jetzt so ist, alles was von rechts kommt, das sind diejenigen, die immer nur mit Desinformationen arbeiten. Wie gesagt, bei vielen glaube ich auch gar nicht, dass sie wirklich bewusst lügen, sondern die Menschen glauben das ja. Das ist das. Also du bist irgendwann in deiner eigenen Psyche so, ja ich benutze jetzt mal den Begriff Mindfuck, dass du einfach durcheinander bist. Bei diesen Kindern, die sind Mindfuck und die wissen am Ende selber nicht mehr, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und dieses Phänomen, das ist ein menschliches Phänomen. Das hat nichts mit Politik zu tun. Beispiel von ein paar Jahren, das ist nicht so lange her, da gab es in Mitweider, das ist nicht weit von der Stadt, in der ich lebe, in Sachsen, bei Chemnitz, Mitweider, da gab es den Fall, eine junge Frau, ein Teenager-Mädchen, die halt so links alternativ, ein bisschen punkig drauf war und die hat erzählt, sie wurde von Skinheads überfallen. Und diese Skinheads hätten wie ein Hakenkreuz auf die Brust eingeritzter. Ey, das ist schwerstkriminell und wenn so eine Tat stattgefunden hat, dann muss man kriminell, logisch muss man gucken, dass man diese Leute findet. Aber es hat sich dann rausgekommen und es gab eine riesen Aufregung dann. Ey, es gab Demonstrationen und in Mitweider auch wieder so eine kleine Stadt, da gab es wie eine Hexenjagd. Am Ende ist rausgekommen, das hat gar nicht gestimmt. Das Mädchen, das ist eine junge Frau, die hatte halt auch gewisse psychische Probleme, wie auch immer man die dann diagnostizieren will, bipolar oder so weiter, weiß ich, das sind auch alles nur Begriffe. Aber die hatte halt psychische Probleme und hat das so rausprojiziert. Auch die, man kann nicht sagen, die hat jetzt bewusst gelogen und eine Desinformationskampagne gestartet. Das ist ihre Wahrheit. Aber trotzdem ist es nicht in echt passiert. Versteht ihr? Das ist, wo wir eben genau schauen müssen, bevor wir in Vorverurteilung kommen. Du musst wirklich gucken, was ist echt passiert. Und das heißt nicht, dass man den Opfern nicht glaubt, weil das ist das Schwierige. Natürlich, du musst jeden Menschen wahrnehmen. Aber trotzdem musst du auch verstehen, der Mensch lügt dich jetzt nicht an, aber möglicherweise ist seine Wahrheit nicht die objektive Wahrheit. Und das auseinanderzuhalten, ist natürlich super schwierig. Und ich weiß, auch umgekehrt wird man dann denen auch nicht gerecht. Bei diesen McMartin-Geschichten, bei diesen Gerichtsverhandlungen, die sich lange gezogen haben, da haben natürlich auch die Anwälte der Verteidigung ja auch mit harten Bandagen gekämpft und haben diese Kinder, die wenigen Kinder, die dann wirklich ausgesagt haben, es waren am Ende nur acht oder neun Kinder, 1400 Fälle, die hat man natürlich auch dann hart angegriffen und deren Glaubwürdigkeit kaputt gemacht. Am Ende haben alle verloren. Am Ende haben alle verloren. Aber es sind psychologische Phänomene, dieses Mädchen mit weiter, das lügt nicht und sagt das, sondern die glaubt das. Das ist halt ihr Trip. Aber wie krass das gehen kann, noch ein weiteres Beispiel, auch aus Deutschland, ein Justizatum aus den 90er Jahren. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, damit ihr es nachgoogeln könnt. Da habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Nee, tatsächlich habe ich es vergessen. Aber ihr könnt es trotzdem leicht recherchieren. Da geht es um einen Fall in den 90er Jahren, wo auch wieder eine junge Frau, ein Teenager-Mädchen, ihren Vater beschuldigt hat. Er hätte sie missbraucht, vergewaltigt. Und der Vater, das war so ein typischer Haustüran, also echt jemand, der auch gewalttätig war und der bestimmt seine Tochter öfter auch mal verprügelt hat, aber er hat die nie vergewaltigt. Diese sexuelle Dimension gab es dort nur. Das hat nur dieses, diese Anschuldigungen kamen von dem Mädchen. Die kamen aber auch daher, weil ähnlich wie bei diesem McMartin-Fall, dieses Mädchen war in der Therapie. Und die Therapeutin, die wiederum, Therapeutin und auch noch eine Sozialarbeiterin, das waren auch beides Frauen, und die wiederum waren voll engagiert in der Frauenbewegung. Und die waren wirklich extrem weit in dieser Bewegung drin gesteckt, sodass aus deren Sicht sowieso Männer potenziell immer Täter sind. Und die haben, das, was sie selbst glauben, das Mädchen wurde missbraucht, böser Vater und so weiter, das haben die den Mädchen so mit reingeimpft. Und so ist es tatsächlich dann dazu gekommen. Es wurde der Vater beschuldigt, es ging dann sogar noch weiter, irgendwann wurde sogar der Onkel beschuldigt. Der Onkel, der wurde auch beschuldigt, der hat auch mitgemacht, der hat auch vergewaltigt. Beide dieser Männer sind ins Gefängnis gegangen, jahrelang. Die wurden verurteilt. Letztens gab es nur diese Anschuldigung, es gab nicht den geringsten Beweis. Und tatsächlich, man weiß heute, sein Justizortum, die wurden dann nachträglich rehabilitiert, weil irgendwann ist dann bei ärztlichen Untersuchungen rausgekommen, das Mädchen ist noch jung, aber die wurde überhaupt nicht vergewaltigt. Das ist einfach, das ist nicht wahr. Aber dort war es auch so. In dem Fall, diese Sozialarbeiterinnen und die Psychologinnen und möglicherweise geht es in die Justiz auch rein, die waren überzeugt davon. Das sind hier richtig böse Frauenschänder und da geben wir alles, um die zu verurteilen. Aber am Ende waren es nur die Anschuldigungen. Es hat nicht gestimmt. Also es gibt diese Beispiele, du findest die in allen möglichen Bereichen des Lebens. Und wir sollten uns jetzt nicht hier so politisieren, auch diese Geschichte, sondern um was es ganz grundsätzlich geht, ist, ey, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wirklich faktisch ist, was wir wirklich wissen. Sobald es in solche Anschuldigungen geht, da musst du auf sicherem Terrain stehen und du musst Dinge beweisen können. Wenn du einfach nur so extrem krasse Anschuldigungen raushaust, ohne wirklich da Wissen zu haben, dann tust du der Wahrheit keinen Gefallen und du tust der Heilung keinen Gefallen. Im Gegenteil. Diese Dinge spalten, diese Dinge verschleiern die Wahrheit. Und heute ist es auch so. Heute, weißt du, heute Leute werden damit konfrontiert, mit Videos, auf denen irgendwie suggeriert wird, wow, da sind Kinder, die werden in unterirdischen Tunneln in irgendwelchen Käfigen festgehalten und werden gefoltert. Und jetzt kommt aber dann die gute Seite, da sehen wir, wie das eine religiöse Narrativ und die befreien die und so. Ey, wenn euch wieder solche Videos begegnen, dann lass es mal sacken so. Denk mal drüber nach über das, was wir heute gesehen haben. Damals gab es auch schon diese Vorwürfe, genau dieselben. Und du kannst, wenn du aber da nichts beweisen kannst, dann musst du vorsichtig sein, ob diese Vorwürfe nicht einem anderen Zweck dienen, ob das nicht eine Hexenjagd ist, an der man sich beteiligt, wo am Ende nichts Heilsames rauskommt und wo vor allem die wirkliche Aufklärungsarbeit geschwächt wird, desauriert wird, wo die Glaubwürdigkeit von echten Ermittlern oder Menschen, die sich damit beschäftigen, desauriert wird. Das ist, um was es hier eigentlich geht. Und wenn dir wirklich die Wahrheit ernst ist und du für die Heilung einstehst, dann muss man sich dieser Dinge zumindest bewusst sein und muss das immer im Hinterkopf behalten und muss schauen, wie man mit solchen Anschuldigungen vor sich geht. Denn noch ein Punkt, wenn du wirklich überzeugt bist von diesen Dingen, wenn du wirklich überzeugt bist, hey, es gibt diese satanische Agenda, der Teufel regiert die Welt und diese Welt ist eigentlich böse. Wir haben da schon drüber gesprochen, über diese religiösen Hintergründe, die es schon vor tausenden von Jahren gab. Ein Weltbild, wo gesagt wird, diese Welt ist des Teufels. Wenn du das wirklich glaubst, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann verlangt es ja von dir auch eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist dann, dagegen zu kämpfen. Und das ist, wo es dann auf einmal wirklich kritisch wird. Und deswegen diese, aus meiner Sicht, diese Übersteigerung, die tun der Wahrheit nicht gut, sondern im Gegenteil, die werden auch von den Kräften ganz bewusst gefördert und eingesetzt, die nichts anderes wollen als destabilisieren. Die nicht Heilung wollen, sondern die eben spalten wollen. Die Chaos anrichten wollen. Und ich schmeiße noch ein letztes Ding hin. Eins schmeißen wir noch hin. Superschwieriges Thema und ich hoffe schon allein, wenn ich das nur erwähne, dass jetzt nicht irgendwelche Sperrungen kommen. Es gibt da diesen Text, der ist bekannt geworden, die Protokolle der Weisen von Zion. Und das ist ein Text, der ist so aus der Zahnzeit, stammt der, vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich sage es gleich, der Hauptvorwurf bei diesem Text ist, dass man das den Zionisten, damals gab es ja diese zionistische Bewegung, Herzl und so weiter, dass man es denen unterschiebt und sagt, hier guck mal, das ist, was wir geleakt haben sozusagen aus zionistischen Kreisen, hier diesen Text. Und die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass es eine Fälschung ist. Eine Fälschung vom russischen Geheimdienst, um die Juden zu diskreditieren. Und das halte ich für sehr gut möglich. Aber, lass uns mal kurz auf diesen Text gucken, unabhängig von dem, wer das geschrieben hat. Denn dieser Text, der ist ja in echt existierter. Und das ist ein Text, der ist über 100 Jahre alt. Und dieser Text ist wie eine Anleitung, wie ein Handbuch zur großen Weltverschwörung. Was sollst du tun, um diese Ziele zu erreichen? Und da, wo immer drinsteht, die Weisen von Zion, das könntest du eins zu eins austauschen. Nimm das jedes Mal raus und schreib jedes Mal rein, schreib jedes Mal rein, was weiß ich, die Jesuiten. Oder schreib rein, die Aria, die arische Weltverschreibung. Schreib rein, die englische Oligarchen-Weltverschwörung. Egal, was du nimmst, du kannst es austauschen. Und interessant ist doch aber nur, was steht in diesem Text eigentlich drin? Es gab also vor über 100 Jahren, gab es schon Leute, die solche Gedanken formulieren oder aufschreiben, die andere formuliert haben. Und in diesem Handbuch zum Umsturz, zur Verschwörung, ist es wirklich ein giftiger Text. Heute ist es gar nicht so einfach, das Original zu bekommen, aber noch früher, als das Internet ein bisschen freier war, konnte man das einfach recherchieren. Ich habe den komplett gelesen. Das ist ein dermaßen Gift auch, also so niederträchtig, dass man erstaunt ist, wie Menschen so etwas verfassen können. Aber es sind Menschen, die das geschrieben haben. Und auf was ich da jetzt nur hinweisen wollte, ist, dass es in diesem Text, also in diesem Handbuch zur Destabilisierung von Gesellschaften, dass das auch eins von den Mitteln war, die empfohlen werden, die man anwenden soll. Wenn du eine Gesellschaft destabilisieren möchtest, wenn du Chaos stiften möchtest, mit dem Ziel, dann diese Gesellschaft zu übernehmen, dann ist eins der Dinge auch, unter vielen anderen, eins der Dinge ist auch, dass du die Vorbilder und Eliten, dass du die bewusst diskreditierst. Das ist eine der Strategien, die da drin stecken. Ständig sozusagen die hohen Stellen angreifen, um dadurch eine Gesellschaft zu destabilisieren. Und das ist wieder dasselbe Problem. Ja, es gibt Eliten. Und wir wissen, manche von denen sind wirklich verstrickt, auch in verbrecherische Dinge. Hey, wieder Jeffrey Epstein und so. Das sind echte Dinge so. Aber wir wissen auch, dass es eine Strategie ist, alles, was irgendwie prominent ist, alles, was irgendwie ein Vorbild ist, es muss nicht nur in der Politik sein, sondern Vorbilder haben die Menschen viel mehr als in der Politik, im Sport oder Fernsehstars oder Filmstars, was auch immer. Es ist eine Idee, alle diese Vorbilder zu diskreditieren, um Menschen zu destabilisieren. Das ist in dieser Strategie schon drin. Und wenn du das weißt und dann guckst, wie heute diese Psy-Obs laufen, wie das bei QAnon läuft und so weiter, dann sehe ich auch diesen Hintergrund. Hey, hier wird bewusst was destabilisiert. Und das zu unterscheiden, was ist wirkliches Verbrechen und was ist Destabilisierung, was ist Psy-Obs, was ist Mystifizierung auch. Das ist eine große Kunst und darauf sollten wir vor allem schauen. Denn, nochmal, es gibt echte Verbrechen, aber die müssen wir auf einer weltlichen Ebene, müssen wir uns die anschauen. Und da müssen wir dann auch wirklich stark sein. Aber sobald diese religiöse Übersteigerung kommt, dann verschwindet die Wahrheit. Und diese Fälle beweisen es eindeutig, Wahrheit wurde dort nie gebracht. So, wir sind schon fast am Ende. Ich hatte euch noch mehr Storys. Eine wollte ich zumindest noch erwähnen, weil das dann so der letzte große Phänomen von dieser Satanic Panic war. Das ging die ganzen 80er hindurch, bis Anfang der 90er und dann ist das so langsam abgeebbt. Und jetzt kommt das wieder. Jetzt ist das wieder so am Start. Der letzte große Fall in dieser Satanic Panic, das war Martensville. Martensville, ich glaube in Saskatchewan, wie heißt das, in Kanada. Und auch dort. Das ist wirklich eine Kleinstadt in der Prärie. Jeder kennt jeden. Und dort ging es auch so los. Ein Vorwurf, die Polizei ermittelt. Die Polizei ist sensibilisiert. Sie wissen ja anhand von diesen Büchern, hey, Satanismus gibt es. Die Polizei glaubt das, die ermittlerglauben das. Und innerhalb von kürzer Zeit auch da wie ein Schneeball. Und am Ende war es so, dass die Polizisten vor Ort selbst die Angeklagten waren, weil irgendein Kind dann gesagt hat, ja, es hat auch eine Uniform, Mann. Und plötzlich waren alle verdächtig. Und da sind auch Leute ins Gefängnis gewandert. Und am Ende konntest du auch nicht deinen einzigen wirklich handfesten, juristischen Beweis finden, dass da tatsächlich was passiert ist. Aber diese Stimmung, wie die da in dieser kleinen Stadt geherrscht hat und ist nachhaltig dann nachhaltig gestört. Da gibt es Leute, die heute immer noch da sind, denen immer noch ein bisschen der Makel anheftet. Ey, das ist doch einer von diesen Satanisten damals. Und egal, was du sagst, wenn dich so ein Vorwurf trifft, in diesem Klima kannst du dich nicht rechtfertigen. Das sind ehrenwerte Leute, die sind ins Gefängnis gegangen. Und wie gesagt, auch da, möglicherweise gibt es Missbrauch. Weil wir wissen, dass es Missbrauch gibt. Möglicherweise gab es es dort auch in Martensville. Aber für das, was wirklich passiert ist, hat keiner am Ende irgendeine Verantwortung genommen. Weil die Ermittlungen gingen dann alle in dieses völlig übersteigerte, satanische Narrativ rein. Am Ende hat man halt da nichts mehr gefunden. Also da gibt es so viele Fälle. Martensville 1992, wen das interessiert, kann es auch mal ein bisschen mehr nachrecherchieren. Wirklich zum Kopfschütteln. Es ist moderne Hexenjagd. Und nochmal, ganz zum Schluss, weil ich weiß, wie sehr dieses Thema sensibel ist. Und es ist auch ein schwieriges Thema für mich drüber zu sprechen. Hey, ich könnte auch viele angenehmere Themen nehmen. Aber ich weiß, dass es so ein kontroverses Thema ist und dass da draußen so emotional gekämpft wird, weil das eben uns so triggert. Weil das Kind ist wohl, da sind wir angreifbar. Und diejenigen, die destabilisieren, die wissen das. Und die spielen mit uns. Die spielen mit unseren Gefühlen. Und das ist hier eben auch der Fall. Und ich weiß, wie sehr das bei euch da draußen auch ist. Und deswegen ist es so ein schwieriges Thema. Und ich weiß, viele werden jetzt dort sehr aufgebracht reagieren und so weiter. Hey, ich könnte auch über etwas anderes sprechen. Aber so schwer das dieses Thema ist, ist es wichtig. Und wir dürfen halt in unserer Suche nach Wahrheit und nach Heilung dürfen wir nicht in diese übersteigerten fantastischen Dinge gehen. Denn die schaden der Wahrheit und die schaden der Heilung. Sondern das ist ganz wichtig. Da musst du bei dir selbst bleiben und wirklich auf das schauen, was ist. Und in diesem Sinne spreche ich darüber so, dass wir tatsächlich die Dinge, die wirklich verbrecherisch sind, die Netze, die es wirklich gibt, dass wir die über die aufklären, dass wir das ans Licht holen. Und dort zur Heilung kommen. Und all diese übersteigerten Anschuldigungen, die tragen dazu nicht bei. Also im Gegenteil, die verschleiern Verbrechen, die sorgen für Misstrauen und am Ende gibt es nur Verlierer. Das war also jetzt der Blick auf die Satanic Panic in den 80ern. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und bin schon gespannt auf die Kommentare, auf die Diskussionen, die das möglicherweise auch diese Präsentation hier hervorruft. Aber letztens muss jeder bei sich selbst schauen. Was ist Wahrheit und was ist Wahn? Was ist nur übersteigert im Kopf? Das muss man halt schauen. Und in diesem Sinne danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns weiterhin gewogen. Unterstützt diesen Kanal. Unterstützt Nuroflicks. Unterstützt unsere Arbeit. Und dann können wir auch wieder weitermachen. In diesem Sinne. Danke. So long. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik